Es gibt welche, die sagen, das Böse sei nun mal zu mächtig, die Versuchungen seien zu stark und sie selbst zu schwach, um zu widerstehen. Ja, der Teufel ist mächtig, aber nur für diejenigen, die aufgeben, die ihren Schwächen nachgeben. Sein Glaube ist so lebendig. Ich hatte das Gefühl, es blickte ich in mein Herz. Irgendetwas bedroht unser Kloster. Ich empfange Zeichen. Man sagt, ihr kennt das Leben außerhalb der Klostermauer nicht. Muss man nicht das kennengelernt haben, wovon man sich abwendet? So ist das bei Ihnen, Zähne, oder? Und hat euch das in irgendeiner Weise beruhigt? Es gibt einen Traum, der mich schon länger belastet. Ich fürchte, du musst selbst die Begründung des Traumes herausfinden. Was ist in jener Macht geschehen? Ist es nicht seltsam, wie uns die Bedeutung mancher Dinge lange verwehrt bleibt und wir dann erleuchtet werden? Und ihr, mein Vater, habt ihr keine Angst vor dem Bösen? Satan ist trotz alledem mächtig. Satan hat nur die Macht, die man ihm zugesteht. Ich bin tot. Was ist es? Ich bin tot. Untertitelung des ZDF, 2020